BGS Hallo, da bin ich wieder, der BGS-Michi. Um dieses Ding wird euch euer Proktologe beneiden. Die Endoskop Farbkamera mit LCD-Display von BGS-Technik. Was mir super gefällt an der Endoskop, ist das 3,5 Zoll Farbdisplay. Des Weiteren haben wir einen 100 cm langen Schwanhals mit aufgesetzter Kamera und 4 LED-Birnen. Die LEDs im Schwanhals könnt ihr separat am Monitor zuschalten. So Freunde, kommen wir nochmal zu den Vorteilen dieser Videokamera. Zum Beispiel im Schwellerbereich, im Türbereich oder auch im Motorraum seht ihr sofort, was los ist. Ob genug Korrosionsschutz aufgetragen wurde, ob genug Lichtungsmasse vorhanden ist oder ob sogar noch irgendwelche Roststellen vorhanden sind. Das erspart euch Zeit und ist eine Arbeitserleichterung. BGS